Was passiert, wenn man einen TikToker an einer Talentshow mitmachen lässt? Zuerst habe ich das SRF davon überzeugt, dass ich irgendein Talent, das ich auf der Strasse finde, in eine Talentshow mitbringen darf. Als ich ein Talent gesucht habe, habe ich einfach Patrick Scherz angerufen. Ich muss ein Talent mitbringen für Stadt-Land-Talente. Und habe ihn gefragt, ob er bereit dazu wäre, dein Talent vorzuzeigen. Er war so begeistert. Ja, grundsätzlich schon. Dann haben wir uns getroffen, ola, und ich habe ihn in die Fernsehsendung mitgenommen. Ihr glaubt nicht, was er vorgezeigt hat. Was sagt der Pirat auf dem Bauernhof? Ah, Hoi! Danke vielmals! Jetzt wüsstet ihr...